Es gibt einen Grund, warum die Welt heute so aussieht, wie sie aussieht. Es gibt einen Grund, warum du immer noch Probleme damit hast, dich zu überwinden, warum du immer noch schüchtern bist, warum du immer noch ängstlich bist, warum du immer noch da stehst, wo du bist, vielleicht ein wenig sogar eine depressive Situation, eine depressive Phase in deinem Leben hast. Dafür gibt es einen ganz besonderen Grund und es gibt einen Weg hinaus. Und Dinge, die wir heute in diesem Video besprechen werden, einige Dinge werden einigen Menschen nicht gefallen. Und das ist okay. Einige Menschen werden extrem getriggert sein von Sachen, die ich heute sagen werde. Und das ist okay. Denn wie wir herausfinden werden, ist, dass wenn Menschen getriggert, sich getriggert fühlen, sie die Wahrheit nicht sehen möchten. Und darum geht es heute. Los geht es. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video überhaupt mache, weil es vielleicht ein wenig ausartet, ein wenig zu lang wird und so weiter. Und vor allem, weil ich über ein Buch sprechen möchte. Nicht nur ein Buch. Also es ist eine Reihe von Büchern. Es gibt noch eine. Weiteres hier. Das ist Teil 9 der neunbändigen Reihe plus weitere Bücher, die zu diesem Thema erschienen sind. Und zwar geht es heute um grundlegend das Buch Power vs. Force. Das erste Buch der Reihe. Und in diesem Buch, also es gibt es auch auf Deutsch. Wüsst ihr jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber such einfach nach David Hawkins Power vs. Force. Und dann wirst du es finden. Dieses Buch ist so wichtig für die Menschheit. Ich spreche nicht so gerne irgendwie so über Bücher, weil dann Leute gerne, du wahrscheinlich dann gerne direkt losläufst und dir dieses Buch kaufst und dann glaubst, dass deine Probleme gelöst werden, indem du einfach nur das Buch liest und halt noch mehr Informationen sammelst, statt in die Aktion zu gehen, was dein Problem eher lösen würde. Aber in diesem Fall möchte ich gerne mal über dieses Buch sprechen. Denn in diesem Buch zeigt David Hawkins die sogenannte Map of Consciousness, also die Karte des menschlichen Bewusstseins im Prinzip. Und er zeigt dort, das werde ich dir auch gleich zeigen, einige Bewusstseinszustände. Und diese Bewusstseinszustände, auch mit einigen ausschweifenden Erklärungen, auch über neun, zehn, zwölf Bücher hinweg. Sehr, sehr lesenswert, sehr, sehr interessant. Zeigt er auf und wirst du dann auch erfahren, was es mit all dem Leid, nicht nur auf der Welt, sondern auch in deinem Leben auf sich hat. Und lass uns da direkt einfach mal reingehen. Ich würde sagen, wir springen da einfach mal rein und wir lernen diese Map of Human Consciousness, also die Karte des menschlichen Bewusstseins, der Bewusstseinszustände einfach mal kennen, indem wir sie direkt vor uns haben. Dazu klicke ich einfach auf diesen Button. Ich habe mir das nämlich vorbereitet hier. So, zack, wunderschön, oder? So, wie du hier nämlich siehst, ich kann mich jetzt auch hier nämlich mit meinem iPad hier so rummalen. Fantastisch. In was für einer Zeit lehnen wir, oder? Wow. So, aber, wie du hier schon siehst, sind da einige, siehst du hier auf dieser, wie markiere ich das denn jetzt am besten, siehst du hier auf dieser Seite so die Bewusstseinszustände. Und die werden dir sehr bekannt vorkommen. Die wirst du vielleicht sogar als Gefühle oder als Emotionen beschreiben. Und diese Bewusstseinszustände, also sind Emotionen. Also sie reichen halt von dem Bewusstseinszustand 0, sprich Tod, bis hin zu 1000 der Erleuchtung. Und diese Zahlen, so wenn ich jetzt gerade 0 und 1000 sage, diese Zahlen sind einfach willkürlich erstmal gesetzt, damit wir halt irgendwie eine Skala haben. Wir hätten sie auch von 1 bis 10 machen können. Also Hawkins hätte sie von 1 bis 10 machen können. Hat sie jetzt von 1 bis 1000 gemacht, um da einfach nochmal eine genauere Unterscheidung hinzubekommen. Und diese Zahlen, die sind auch entsprechend Schwingungen. Also vielleicht hast du es schon mal gehört, alles im Universum ist einfach nur Frequenz. Nikola Tesla hat auch schon gesagt, wenn du das Universum verstehen willst, dann denk in Begriffen wie Frequenz, Vibration, Schwingungen. Und das ist das. Also die Emotionen, die Bewusstseinszustände, die wir haben, das sind Schwingungen. So, wir schwingen dann anders. Unser Magnetfeld schwingt anders. Wir haben ein Magnetfeld. So, wie die Erde ein Magnetfeld hat, wie ein Apfel ein Magnetfeld hat. So hast auch du ein Magnetfeld. Das geht hier oben raus und einmal um deinen Körper rum und unten wieder rein. Und das halt um deinen ganzen Körper. Man nennt es auch das Torusfeld. Das würde viel zu weit führen, wenn ich da jetzt noch drauf eingehe. Ich habe tatsächlich im, in unserem Coaching im Bonusbereich, das heißt, wenn du, wenn du dich für unser Coaching entscheidest, wenn du mitmachen möchtest, übrigens flirtanalyse.de, geh einfach mal drauf und hol dir deine kostenlose Charisma-Analyse. Dann schauen wir uns genau deinen Fall an, warum es bei dir hakt, wie es bei dir weitergehen kann, was deine nächsten Schritte sind. Wenn du ins Coaching kommst, in die Flirt-Masterclass, dann wirst du auch einen Bonusbereich finden. Und da werde ich, da gibt es eine, eine Fünf-Tages-Challenge. Also es sind über zehn Stunden an Video, Videomaterial. Wie ich dir genau erkläre, wie inzwischen zum Beispiel diese Bewusstseinszustände zustande kommen, wie du Dinge in deinem Leben manifestierst, wie du der Herr über deine Emotionen wirst. Und es wird da einige Meditationen auch geben und eine dieser Meditationen wird dir, da wirst du so tief in deinen Schatten, in dein verdrängtes Selbst eintauchen, was die Männer danach, nach dieser Meditation mitgeteilt haben. Sie sind schweißgebadet, eisgebadet, aufgewacht. Es haben sich plötzlich Dinge in ihrem Leben verändert, zum Guten, zum Extrem-Positiven, einfach nur durch diese 20-minütige Meditation. Das sind, da werden einfach Dinge in dir, in dir frei und ausgelöst. Aber darum soll es gar nicht gehen. Flirtanalyse.de, geh einfach mal drauf. So, es geht nämlich hier um die, um die Map of Human Consciousness. So, und genau, also diese Zahlen sind entsprechend die Schwingungen. Und du siehst, es geht halt unten los mit der Schwingung von Null mit Tod. So, das ist halt so die Nicht-Existenz. So, dann schwingt halt auch dein Körper nicht mehr. So, es hat halt keinen Bewusstseinszustand mehr. Es hat kein Bewusstsein mehr. Es ist in diesem Fleischanzug, den du deinen Körper nennst, der entsprechend bewohnt wird von deinem Bewusstsein. So, das alles, alles, was ich jetzt schon gesagt habe, 80 Prozent von euch sind jetzt schon ausgestiegen. Finden das als Wu und so weiter und alles Käse und Quatsch und so weiter. Okay, okay. Dann mach genau weiter so. Mach genau weiter so mit deinem Leben. Ich freue mich für dich. Irgendwie hast du anscheinend irgendwas gefunden, was für dich dann funktioniert. Das hier, oder ich zeige mal hier so darauf, das hier, das ist was wirklich funktioniert. jemand, der halt so noch nicht auf seinen, also wir nehmen einfach wahr, dass wir einen Körper haben. So, das können wir messen, das können wir sehen und der eine oder andere wird auch hier und da wahrnehmen, dass er Emotionen hat, hoffentlich. So, was viele Menschen noch nicht so wahrnehmen, ist halt eine weitere Ebene. Also wir haben die Ebene des Körpers, wir haben die Ebene der Emotionen und wir haben die Ebene des Geistes. Das ist das, was viele Menschen noch nicht so wahrnehmen, aber das Schritt für Schritt kommt mit immer mehr so Mental Illness, also irgendwie, ich habe halt so irgendwie psychische Störungen, deswegen gehe ich hier zum Psychologen und so weiter. Das hat immer mehr, ja, das ist fast immer mehr Fuß in der Gesellschaft. Das wird immer mehr anerkannt. So, und es gibt eine Stufe da drüber und das ist die spirituelle Ebene. Das ist die Ebene, wo wir lernen, dass wir nicht unser Körper sind, dass wir nicht unsere Gedanken sind, dass wir nicht unsere Emotionen sind, sondern da muss etwas drüber sein. Denn, wenn du dir mal anschaust, die, so, du hast, du hast hoffentlich eine Hand, du hast hoffentlich zwei Hände, so, und jetzt aus irgendeinem Grund, Gott bewahre, verlierst du eine Hand. Bist du dann weniger du? Oder ist die Hand dann du? So gibt es zwei Dus, also diesen Körper du und Hand du. Oder wo hört das auf? Du bist ja weniger, weniger, also nicht weniger du, wenn du plötzlich irgendwie einen Körperteil verlierst. Diese, und du, die Hand kann ja auch nicht ihre, ihr Handsein empfinden. Genauso wie du daher dann auch nicht dein Körpersein empfinden kannst. Du kannst ja deine Hand, deine Hand, dein Körper beobachten. Du kannst deine Hand und deinen Körper steuern. und das, was du beobachten kannst, das kannst du nicht sein. Ja, also du bist halt nicht weniger du, wenn du einen Körperteil verlierst. So jetzt, das ist die körperliche Ebene. Jetzt gehen wir mal auf die emotionale Ebene. Du hast bestimmt auch mal eine Situation gehabt, wo du irgendwie total angepisst warst und dann macht irgendwie dein bester Kumpel einen Witz und du fängst auch mal an, richtig in Lachen auszubrechen. Du hast dann deine Emotionen geändert. Plötzlich. Aber vorher hast du wahrscheinlich gesagt, ich bin wütend oder ich betraue ich oder was auch immer. Du hast entsprechend eine Identität geschaffen, eine Identifikation mit deiner Emotion geschaffen, aber du bist nicht deine Emotion. Du, jetzt auch rückblickend, kannst du vielleicht darauf schauen, wie du dich gefühlt hast damals oder du kannst darauf schauen, wie du dich jetzt fühlst und erinnere dich daran. Was du beobachten kannst, das kannst du nicht sein. Wenn du etwas beobachten kannst, hast, dann ist das nicht du. Dann ist das außerhalb von dir. Oder? Die Emotion hast du dann auch geändert. Vor allem, du kannst auch ganz bewusst, du hast bestimmt Situationen in deinem Leben schon mal gehabt, wo du gesagt hast, ich kann jetzt nicht wütend sein, ich möchte jetzt nicht wütend sein. Hast bis zehn gezählt und dann war die Wut verflogen. Du hast deine Emotionen geändert. Du hast etwas geändert. Deine Emotionen, dieses Gefühl, diese Schwingung hast du geändert. Und auch vielleicht Millionen von Malen ist das auch nicht bewusst passiert. Plötzlich fühlst du dich besser, plötzlich fühlst du dich schlechter. Das sind die Emotionen. Das kannst du halt auch nicht sein. Es gibt dann halt noch die Ebene der Gedanken. Die Gedanken. Ebene, die Gedanken, die du auch beobachten kannst. Und wenn du schon mal meditiert hast, dann wirst du wahrscheinlich auch hier und da schon mal gehört haben, lass mal die Gedanken vorbeiziehen. Beobachte mal den Gedanken. Das, was du beobachten kannst, das kannst du nicht sein. Und du hast bestimmt auch hier und da schon mal einen Gedanken geändert. Sei es ein Bild in deinem Kopf. Denke nicht an einen rosa Elefanten. Auf gar keinen Fall denkst du jetzt an einen rosa Elefanten. Auf gar keinen Fall denkst du jetzt an eine blaue Banane. Das darf nicht passieren. Du wirst jetzt an einen rosa Elefanten, an eine blaue Banane gedacht haben. Deine Gedanken haben sich geändert. Du hast deine Gedanken geändert. Das, was du ändern kannst, das, was du beobachten kannst, das kannst du nicht sein. Und jetzt ist die Frage, was ist dieses Ich, das den Körper beobachtet, das den Körper verändert, die Bewegung verändert? Was ist das Ich, das die Emotionen beobachtet und verändert? Was ist das Ich, das die Gedanken beobachtet und verändert? Das ist das Bewusstsein. Und das ist die spirituelle Ebene. Du bist das Bewusstsein, dass diesen Körper, dass deinen Körper, wie ein Auto durch die Gegend fährt, wie ein Auto benutzt, wie ein Gerät, einen Anzug benutzt. Und das kommt mit einigen Sensationen, die wir dann Emotionen nennen, einher. Und damit dann auch, mit diesen Emotionen, kommen gewisse Gedanken einher. Und all das nennen wir dann einen Bewusstseinszustand. Unser Körper spiegelt unseren Bewusstseinszustand wieder. Unsere Emotionen spiegeln unseren Bewusstseinszustand wieder und unsere Gedanken ebenfalls. Dieser Bewusstseinszustand wird von deinem Bewusstsein, von dir selber gesteuert. Du entscheidest dich. Und das ist jetzt auch schon eine weitere Sache, die viele von euch triggern wird. Du entscheidest dich dafür, wie du dich fühlst. Das ist 100 Prozent deine Entscheidung. Immer. Niemand außerhalb ist dafür verantwortlich. Es ist deine Entscheidung, wie du dich fühlst. Welchen Bewusstseinszustand du einnehmen möchtest. So. Exkurs an dieser Stelle beendet. Lass uns wieder zurück in diese Grafik hineintreten. Denn, wie du halt schon, wie du schon siehst, so nach Tod ist halt so das erste, so die erste, die erste große, erste große Schritt, den wir hier eingehen. Ich mache mal hier das mit einer anderen Farbe, die hier nicht so verwirrend ist. Vielleicht mit einem, uh, keine Ahnung, was ist jetzt hier eine gute Farbe? Hm. Diese. Diese ist bestimmt da. Ey, geh weg. Diese ist bestimmt. Geh weg. Warum ist es immer noch da? Okay. Diese Farbe. So, wir sind jetzt hier bei Scham. Jetzt sieht man natürlich nicht, dass ich da Scham eingekreist habe. So. Wir sind jetzt hier bei Scham. Das ist die erste, ähm, der erste Schritt, so, das ist halt eine höhere Schwingung, beziehungsweise, das ist eine extrem niedrige Schwingung, wenn du so möchtest. Also, wenn wir aus dem, aus dem, ähm, du siehst auch so einen Mittelpunkt, ich weiß gar nicht, warum der hier so komisch, ähm, komisch eingekreist ist hier. Du siehst hier diesen Mittelpunkt. Ich weiß gar nicht, warum der so braun ist. stell dir vor, es geht aber mit grün, wahrscheinlich, weil ich ein Green dahinter habe und das genau diese Farbe ist. So, aber, ähm, von dem Mittelpunkt aus ist Scham die, die letzte großartige Schwingung vor der Nicht-Existenz, vor dem Tod, vor der, ähm, absoluten Bewusst-Unbewusstheit vielmehr. Und Scham ist diese Emotion, die, ähm, Scham ist die Emotion, die aussagt, ich bin nicht gut genug. Egal, was ich tue, ich bin nicht gut genug. Ähm, es hat sowieso keinen Zweck. Scham bringt mit sich eine absolute Leere, eine absolute, ähm, Gewissheit auch mit sich, dass egal, was du tust und egal, was wird, du bist verdammt. Das sind diese negativen, also in Anführungszeichen negativen Emotionen, du siehst ja schon so die, wo ich das hier so mit rot eingekreuzt habe, eingestrichelt habe. Das sind die Ego-Emotionen. Die sind selbstzentriert. Du bist, so wie man im Englischen sagt, full of yourself, also voll von dir selbst. Du bist absolut Ego-zentriert mit diesen Emotionen. Das sind die Emotionen von Trennungen, wo du dich wahrnimmst als abseits von jemand anderem. Scham ist die Emotion, die sagt, du bist besser als ich. Ich bin absolut schlecht. Scham ist auch die Emotion, wenn wir solche Dinge hören, wie freu dich nicht zu früh oder wenn wir uns halt entsprechend auch nicht zu früh freuen. Scham ist der absolute Dieb, der absolute Killer der Freude. Und das machen halt viele, viele Menschen, die halten sich mit ihrer Freude zurück, weil besser nicht zu früh freuen, weil es könnte ja alles dem Bach runtergehen. Und also das ist ja auch übrigens ganz interessant, so dem Bach runtergehen, also halt so mit dem Strom fließen. Das ist eigentlich so, wie wir unser Leben leben sollten. Sich dem ganzen, sich dem Strom des Lebens hingeben. Aber wir glauben halt so, dass wir dagegen ankämpfen müssen. Und wir glauben, dass wir durchs Kämpfen eine ganze Menge erreichen können in unserem Leben. aber das Gegenteil ist eher der Fall. Also es heißt nicht, dass jemand, der in seinem Leben für was gekämpft hat, halt nichts Gutes auf die Reihe bekommen hat. Aber warum müssen wir denn kämpfen? Warum glauben wir mit unserem Wachbewusstsein, das 5% unseres Bewusstseins ausmacht, die anderen 95% sind unser Unterbewusstsein? Warum glauben wir, dass wir mit unserem 5% Wachbewusstsein herausfinden und genau wissen, was wir zu tun haben, während 95% mehr Infos über uns haben? Und auch Infos über unsere Umgebung und so weiter. Aber das nur nebenbei. Genau, also wir sind halt dann in diesen trennenden Emotionen und Scham ist halt dann die Emotion von freu dich nicht zu früh, weil wenn ich mich zu früh freue, dann gehen halt die Dinge den Bach runter. Und wenn die Dinge halt den Bach runter gehen, bin ich ja trotzdem traurig oder bin ich ja trotzdem verletzt und enttäuscht. Und was ich dagegen eingetauscht habe, ist halt so Freude. Ich könnte mich halt für 5 Tage freuen und am Tag 6 gehen halt die Dinge den Bach runter. Dann hätte ich 5 Tage voller Freude erlebt und einen Tag von Trauer. Anstatt, was Menschen halt machen, ist halt ihre Freude so zu deckeln, dass sie halt nur irgendwie 10% Freude empfinden, wenn überhaupt. Aber sagen wir mal einfach, wir meinen es jetzt gut, 10% Freude, sie empfinden für 5 Tage 10% Freude, also empfinden im Prinzip 50 Punkte Freude statt 500 Punkte empfinden sie halt nur 50 Punkte Freude und an Tag 6 gehen die Dinge den Bach runter und dann sind sie trotzdem enttäuscht und trotzdem traurig und empfinden 100 Punkte Leid. Also statt halt, sie haben halt 50 Punkte Freude und 100 Punkte Leid statt 500 Punkte Freude und 100 Punkte Leid. und es ist eigentlich eher so, dass halt, wenn du dich halt mehr auf die Freude konzentrierst, du deine Resilienz, deine psychische Widerstandskraft stärkst und dadurch halt weniger Leid empfindest, weil du dich mehr auf den Moment konzentrierst anstatt auf das, was in der Zukunft alles sein könnte. Ja, also immer wenn wir, kannst du merken, immer wenn wir in den Emotionen von Angst unterwegs sind, also wenn wir in Angst denken, Sorge, Probleme, dann sind wir mit unseren Gedanken in der Zukunft, wenn wir mit den Gedanken von Trauer und seinen Derivaten uns umgeben und in diesen Gedanken denken, dann sind wir mit unseren Gedanken in der Vergangenheit. Wir können ja nicht traurig sein über etwas, was in der Zukunft passiert, wir sind traurig über das, was bereuen, was in der Vergangenheit passiert. Du bist traurig, du bereust zum Beispiel, dass du die Frau heute in der U-Bahn nicht angesprochen hast, wie du jetzt schon zum siebten Mal gesehen hast. So, das bereust du. Aber gleichzeitig sagst du dir, okay, morgen spreche ich sie an und da wirst du dann wahrscheinlich schon irgendeine Form von Ansprechangst haben. Aber jetzt im Moment machst du dir einfach nur diese Gedanken, diese Sorgen und diese Trauer, die machst du dir jetzt im Moment einfach nur im Kopf und das ist das, was du eigentlich lernen darfst. Das darfst du lernen in deinem Leben, dass es halt nur diesen jetzigen Moment gibt und Zukunft und Vergangenheit alles nur eine Illusion ist. So, aber das würde auch zu weit führen für diesen Punkt. Ich bin immer noch bei Scham und wir haben noch so viele Bewusstseinszustände. So, da speicherst du dir auch dieses Video ab und unter, kannst du ja hier auf YouTube zum Beispiel klicken, auf später ansehen und so weiter. Du kannst auch einen Kommentar da lassen, um dir das irgendwie so zu speichern und ein Like und ein Abo und vor allem kannst du dich auch dazu eintragen, das fällt mir jetzt gerade ein dazu, nämlich am Sonntag, das schreiben wir nochmal in die Beschreibung rein, wird es auch den nächsten Live-Coaching-Call geben mit Andi und mir. Da werden wir deine Fragen beantworten. Das heißt, wenn du wissen möchtest, so live an dir, kostenlos, wie das Coaching zum Beispiel mit dir aussehen würde, dann trag dich ein, wie gesagt, ist kostenlos, dann nehmen wir uns zwei Stunden Zeit für dich und deine Mitstreiter, die an diesem Tag sich dann in diesem Live-Coaching dann befinden und da kannst du uns deine Fragen stellen und wir gehen deinen Fall Schritt für Schritt durch, dass du genau weißt, was du zu tun hast, woher dieses Problem kommt, was du hast und entsprechend dann auch, ja, was du zu tun hast, um da rauszukommen. So. So, wir sind bei Scham. Gehen wir mal zur Schuld weiter, einfach damit wir das ein bisschen schneller hier machen. So, Schuld ist die, also während Scham die Emotion ist von ich bin nicht gut genug oder ich bin fehlerhaft, ist Schuld die Emotion, da haben wir jetzt auch vor kurzem ja einen Podcast drüber gemacht, ist Schuld die Emotion von ich habe einen Fehler gemacht. Alles, was ich mache, ist ein Fehler. So, ich muss bestraft werden. Jemand, der in Schuld unterwegs ist, der bestraft dann auch gerne. der, jemand dessen, 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 Bewusstseins, primärer Bewusstseinszustand Schuld ist, freut sich über die Todesstrafe, freut sich darüber, schaut sich wahrscheinlich auch viel grauenhaften Splatter und was auch immer und sowas im Fernsehen an, auf Streams an und so weiter, freut sich über in Videospielen, wenn, wenn Menschen auseinander explodieren und so weiter. Das ist kein guter Bewusstseinszustand. Das ist der, das ist der Bewusstseinszustand von, ja, der Sünde, wenn du so möchtest, wenn wir Bibel sprechen möchten. So, du hast einen, so, du bist fehlerhaft und um, um irgendwie Erlösung zu bekommen, musst du weiter leiden. Und wenn du halt noch nicht ganz da bist, dass du irgendwie Erlösung von dieser Schuld, von diesem schrecklichen Gefühl, von diesem schweren Gefühl der Schuld haben möchtest, wenn du halt noch nicht da bist, dann siehst du auch jeden anderen als Schuldigen, als Sünder und so weiter und glaubst dann selber, dass du sie bestrafen musst. So, dass du derjenige bist, der die Strafe ausführen muss. Und das ist dann auch das, was wir zum Beispiel dann sehen, wenn, wenn, wenn Kinder gemobbt werden und so weiter, zum Beispiel, dass sie, ja, immer wieder irgendwie einfach, ja, niedergemacht werden, geschlagen werden oder sowas getriezt werden. Und dann, ähm, einfach sich immer mehr ein, ein Bewusstseinszustand von, von Scham und von Schuld in den Kindern manifestiert. Und dann ist halt oftmals so, dass halt, tausende Geschichten gibt es ja darüber, dass halt dann das Kind, das gemobbt wurde, dann auch einfach mal um sich schlägt und dann bestraft wurde, statt diejenigen bestraft wurden, die halt das Kind gemobbt haben die ganze Zeit. Und, ähm, wie kann das sein? Weil halt, ähm, die, ähm, die, ähm, diejenigen, die gemobbt haben, einfach aus Bewusstseinsebene, aus Bewusstseinsebene zu sprechen, das halt mit einer Form von, von Stolz gemacht haben. Also, das ist halt eine höhere schwingende Emotion, das markiere ich gerade mal hier, von Stolz gemacht haben. Das ist immer noch keine gute Emotion. Ähm, aber diese Emotion ist halt so mehr akzeptabel. Sie ist, gerade in unserer westlichen Welt, ist das, ähm, ist sie fast da, wo die westliche Welt gerade ist. Ähm, und fällt nicht so sehr auf. Aber sobald halt jemand, ähm, so die ganze Zeit, so die Emotionen von Scham und Schuld in sich reingefressen und reingeprügelt bekommen hat und dann quasi diejenigen, die dafür verantwortlich sind, bestrafen möchte, zieht er natürlich eine ganze Menge Aufmerksamkeit. Durch diese niedrige, niedrige Emotion, durch diese niedrige Frequenz, die er hat. Und, ähm, genau, also Schuld, wenn, wenn wir da sind, da drin sind, ist ja auch immer eine Projektion, ähm, wenn, wie wir uns fühlen, so sehen wir dann natürlich auch die Welt. Das sage ich jetzt so, so, natürlich. Also, darüber, ähm, habe ich im letzten Selbstbewusstsein-Spezial gesprochen über Projektion. Ähm, schaut ihr die Folge auch gerne mal an, das Selbstbewusstsein-Spezial-Folge 3. Ähm, genau. Und da geht es um Projektion. Also, das heißt, so wie wir uns selber fühlen, so sehen wir auch die Welt. Und das heißt, wenn wir uns schuldig fühlen, wenn wir die ganze Zeit irgendwie mit Schuld konfrontiert wurden, wenn wir die ganze Zeit gelernt haben, dass wir fehlerhaft sind, sehen wir überall jemanden, der bestraft werden muss. Weil wir auch selber denken, dass Bestrafung das Einzige ist, wie man mit uns umgehen könnte. So, und, ähm, die, die Ebene danach ist die Apathie. und das ist jetzt eine Ebene, jetzt mal mein Stift hier nicht. So, das ist die Ebene der, der Apathie und das ist die Ebene auch der Depression. Apathie bedeutet komplette Energielosigkeit. Ähm, dieser jemand hat keine Lust auf irgendetwas, diese Menschen essen dann auch zum Beispiel nicht, ähm, also führen sich nicht neue Energie zu, weil es hätte sowieso keinen Sinn, die bewegen sich wenig, weil so die wenige Energie, die sie haben, die wollen sie nicht verschwenden mit Bewegung. Und, ähm, das ist dann auch die Ebene so des passiven Selbstmords. Ähm, so wenn Menschen sich halt so komplett schon aufgegeben haben und das ist dann auch eine Sache von, ja, von, von, von einer mentalen Entscheidung, dass auch dann nach und nach einfach und dann auch mal schnell zum Beispiel der Körper komplett aufgeben kann und dann geben plötzlich Organe auf und so weiter. Das ist eine sehr gefährliche, ähm, Bewusstseinsebene, wenn wir dort primär drin sind. So, dann ist es halt nicht, nicht weit, ähm, ja, komplett selber aus dem, aus dem Leben scheiden zu wollen. Ähm, wenn wir depressive Episoden in unserem Leben haben, dann kann es halt sein, so, dann ist es, dann ist das halt so eine Sache, weil es, weil es ein Episode ist, dann kann es halt mal sein, dass wir hier und da einfach mal runter, runterrutschen in dieser depressive Episode und dann können wir da auch halt schnell, was heißt schnell wieder raus, also, es ist für viele, viele möglich, die, ähm, die mit einer Apathie, Depression, äh, konfrontiert sind, da auch wieder rauszukommen. Es ist manchmal, ähm, ein guter Weg tatsächlich damit, Psychopharmaka zu arbeiten, um einfach so, metaphorisch gesprochen, eine Tür aufzumachen, damit weitere Bewusstseinsebenen dahin kommen können. Ähm, genau, also das, das ist, ähm, das ist manchmal, manchmal ein guter Weg dahin, ähm, der, ein weiterer guter Weg ist zum Beispiel jemand, der, der sich in einer so, in einer solchen, äh, Phase befindet, ihn aus dieser Phase hinaus zu begleiten und das, das heißt halt, in eine höhere Bewusstseinsebene mitzunehmen und zum Beispiel eine höhere Bewusstseinsebene ist dann die Ebene der Trauer und, ähm, Trauer ist dann so, ähm, so, wir sind dann so occupied. Wenn Andi jetzt hier wäre, würde er es mir besetzen. Wir sind so beschäftigt mit der, eingenommen von der Vergangenheit, wie ich gerade schon gesagt habe, so all die, die, die Emotionen von Trauer und seine Derivate sind dann, ähm, ähm, ja, auf die Vergangenheit, ähm, ja, so, gemünzt, so die, die, die befassen sich, halt mit der, mit der Vergangenheit. Und, ähm, und Trauer ist dann halt so, dann zum Beispiel eine, eine höhere Schwingung, eine höhere, ein höherer Bewusstseinszustand für jemanden, der zum Beispiel aus der Scham oder aus der Apathie kommt, dass er dann auf seine Vergangenheit schaut und denkt, ach Gott, wie schlecht es mir doch ging oder wie, wie schlecht oder wie viel Zeit ich, ich mit, mit dieser Sache vergeudet habe und dann, wenn Menschen dann anfangen zu weinen, ähm, dann fangen sie auch bald schon wieder an zu essen. So, und das ist, also das heißt, wieder Energie zu sich zu nehmen. Das heißt, die, wir, wir nehmen das ja auch selber wahr, wenn jemand einfach komplett lustlos ist, hat das eine gewisse, fühlt sich das, fühlt sich das so gewiss an, fühlt sich das halt so an, wie es sich anfühlt und es fühlt sich in irgendeiner Weise lebendiger an, wenn dieser jemand plötzlich anfängt zu weinen und traurig ist. also wir können uns das halt so vorstellen, dass halt die, dass hier von unten nach oben ist halt mehr Leben, so von, das Ziel ist halt unsere Energie, unsere Vibration, unsere Schwingung zu erhöhen und damit auch mehr Leben zu spüren und im Prinzip, wenn wir so wollen, gibt es, es gibt gewisse Dinge, wie wir das ausdrücken können, es gibt entweder halt so ganz viele Emotionen oder es gibt nur zwei Emotionen und das sind die Emotionen von Angst und Liebe oder im Prinzip gibt es nur eine Emotion und die ist Erregung. Ja, wie sehr erregt ist dieser Körper und das, das kannst du dir dann auch einfach so bildlich so vorstellen, wie, also weil es halt um Schwingung geht, wenn ein Stück Metall schneller schwingt dann ist es halt mehr erregt und irgendwann fängt dieses Stück Metall an zu leuchten und dann leuchtet es erst erst im dunkelrot und dann wird es heller und heller und heller und irgendwann leuchtet es halt so weiß und dann ultraviolett, dann sehen wir es nicht mehr und dann plötzlich schwingt es schneller und schneller und wir hören auch mal dunkle Töne und dann hören wir höhere Töne und so weiter und irgendwann hören wir auch das nicht mehr und dann was auch immer dann an elektromagnetischem, an elektromagnetischen Welten dann danach kommt und wir ein ein Sinnesorgan dafür hätten, würden wir auch das dann noch wahrnehmen. So und das ist das ist entsprechend genauso wie unser Körper funktioniert. Es geht halt darum, halt mehr Erregung zu bekommen, mehr Leben zu spüren, mehr Vibration zu haben und das ist im Gegensatz zu Apathie, zu Depressionen ist Trauer besser. Ein weiterer Weg, um jemanden zum Beispiel aus dieser aus einer depressiven Episode herauszubringen, ist ihn mit einer Angst zu konfrontieren, weil Angst hat, wenn du es vergleichst zu Trauer oder zu Depressionen, zu Apathie, noch mal viel mehr Leben, noch viel mehr Schwingung da drin. Das heißt, es ist zum Beispiel eine gute Idee, mit jemandem zum Beispiel einen Horrorfilm zu schauen. Horrorfilme sind nicht gut, Splatterfilme sind nicht gut, ganz besonders für Kinder nicht gut. Das lässt einen Eindruck auf die Psyche und das sind halt dann so, dadurch generieren wir Ängste vor irgendwelchen Monstern, die nicht existieren, gerade für Kinder halt genau deswegen nicht gut, aber auch für unsere Erwachsene Psyche nicht so gut. Wenn du danach süchtig bist, nach Horrorfilmen, wenn du dich als Horrorfilm Freak bezeichnest, schau da mal rein. das ist keine gute Schwingung, die diese Dinge haben. Also wenn du dich halt die ganze Zeit mit Mord und Totschlag und so weiter beschäftigst, auch halt so süchtig nach True Crime zu sein. True Crime ist so das größte Thema bei Podcasts mittlerweile und wie viele True Crime Serien es gibt und so weiter. Das ist ziemlich morbide und dann beschäftigen wir uns die ganze Zeit mit Tod und dass irgendwelche Menschen irgendwelche bösen Dinge planen können und Psychopathen überall um uns herum sind. Wenn du das machen möchtest und dir das gefällt, mach weiter. Wer bin ich schon, der dir irgendwas vorschlägt? Nur generell ist das keine gute Schwingung. Angst schwingt hier nämlich sehr, sehr, sehr tief und das ist halt die Emotion und jetzt kommen wir halt zu einem Kern von diesen ganzen negativen Emotionen. Jede negative Emotion hat als Basis Angst. Also es gibt erstmal keine negativen Emotionen, das habe ich schon öfter gesagt, es gibt immer nur Valenzen und das heißt, Angst ist eine bessere Emotion, also wenn ich jetzt hier bei Scham bin, dann ist Angst eine bessere Emotion als Tod. So, wenn ich jetzt aber bei Liebe bin oder bei Vernunft, bei Freude bin, wenn ich bei Freude bin, dann ist Angst eine schlechtere Emotion, eine negative Emotion. Das ist immer aus dem Blickwinkel von wo wir gerade sind, deswegen sprechen wir von Valenzen. Und diese Emotion, also die Emotion von Angst, das ist halt so die Hauptemotion, die halt unser Ego zur Verfügung hat. Das ist die Emotion, die also jede andere Emotion als Grundlage hat. Also Schuld hat als Grundlage Angst, Trauer hat als Grundlage Angst, Stolz und Wut haben als Grundlage Angst. Und das ist der Überlebensmodus. Und im Überlebensmodus ist es halt nicht wichtig, Liebe zu fühlen und Krankheiten zu heilen und zu verdauen und sich zu entspannen. Im Überlebensmodus sehen wir überall, könnte überall eine Gefahr lauern. Und der Sauerstoff, den wir zur Verfügung haben, der ist halt nicht in unseren Organen, um unseren Körper zu reparieren, um zu heilen, um zu verdauen, um uns stärker zu machen. Der Sauerstoff rutscht in Arme und Beine, damit wir kämpfen und fliehen können. Und gleichzeitig dann halt auch in unsere Augen und Ohren, die Sinne sind geschärft, weil überall könnte Gefahr lauern, alles ist böse und so weiter und wir müssen halt ständig auf der Hut sein. In diesen Zuständen sind wir halt sehr, sehr leicht manipulierbar. In diesen negativen Zuständen sind wir sehr leicht manipulierbar von Propaganda, von generell dieser Message, dass es etwas da draußen gibt, das uns verletzen möchte, das uns etwas wegnimmt. Wir sind im Mangel. Und jetzt kommt ein weiterer Punkt, wo sich dann auch der eine oder andere getriggert fühlen wird. Wenn wir in diesen Emotionen sind, in diesen trennenden Emotionen, diesen Ego-Emotionen, dann sind wir obsessed, das ist obsessed auf Deutsch. Wir sind komplett damit beschäftigt, mit den Gedanken von Tod. Also von weniger Leben. Wenn wir in diesen negativen Emotionen sind, dann übernimmt, uh, was habe ich jetzt gemacht, dann übernimmt die Gravitation. Es zieht alles runter. Nicht nur dich, sondern auch deine Umgebung. Wenn du in Angst bist, wirst du immer weiter runtergezogen Richtung Schuld, Scham, bis hin zu der kompletten Unbewusstheit. Ja, komplette Unbewusstheit hier. Und, ähm, du wirst halt überall Menschen sehen oder Dinge in deinem Leben sehen, in den Nachrichten, du wirst dann halt auch sehr viel den Nachrichten folgen, ähm, dass jemand dir was Böses will, jemand will dir was wegnehmen. Ähm, sei es einfach irgendwas Materielles oder dein Leben. Und du musst wahnsinnig auf der Hut sein und so weiter. Und wenn jemand halt eine andere Meinung hat, dann ist dieser jemand böse. Dann will dir dieser jemand dir was wegnehmen. Dann ist dieser jemand ein Dämon und muss vernichtet werden. Ähm, das ist das, was wir aktuell sehen. Das ist eine, es findet eine starke, starke Spaltung, eine Trennung in unserer Gesellschaft statt. Es wird, es werden Kriege geschürt zwischen links und rechts. Es werden Kriege geschürt zwischen Mann und Frau. Und, ähm, auf dem politischen Spektrum, wenn du, wenn du dem, dem, der einen Seite des Hufeisens angehörst, also links und rechts sind näher beieinander, als du eigentlich denkst, äh, wenn du der einen Seite des Hufeisens angehörst, dann bist du, wenn du jetzt hier diesem Hufeisen diese Seite angehörst, dann bist du der Böse. Wenn du diesem Hufeisen der Seite angehörst, dann bist du hier der Böse. Jeweils von der anderen Seite. Ähm, und diese, 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 diese Spaltung, die wirst du halt überall immer sehen, als ob dir halt Leute etwas wegnehmen wollen. Als ob irgendwie Leute böse, du wirst dann auch projizieren, es wird dann halt auch so einfach drauf, drauf losge, drauf losgeschämt und geblamed, also halt so Scham und Schuld, jemandem halt so, es wird, wird jemandem die Schuld gegeben, dass, dass, ähm, Dinge so sind, wie sie sind. Ähm, oder dass dir jemand was wegnehmen möchte. Und dann werden halt Narrative gesponnen, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen, nicht der Realität entsprechen. Aber weil sie sich halt so dramatisch anhören, und weil du halt die ganze Zeit damit programmiert wirst, zum Beispiel in den Medien, glaubst du sie halt auch irgendwann. Weil sie halt überall verfügbar sind, weil, weil du überall, du schaffst dir dann eine Bubble und dann wirst du überall dieses gleiche Narrativ hören. Aber die Wahrheit könnte nicht ferner von dieser Realität sein. Die Wahrheit darüber ist, ist, dass du dich eigentlich eher hier befindest. Du bist das Bewusstsein, das diese ganzen Sachen beobachtet. Du bist das Bewusstsein, das bestimmen kann, welche Informationen sich gut oder schlecht anfühlen und dann danach handelt. Du bist das Bewusstsein, das entscheidet, wie seine Realität aussieht. Nicht anders. Niemand von außen ist verantwortlich für deine Freude, für deine Liebe, für deinen Frieden, für deine Freiheit. Oh, ist ein Zungenbrecher. Niemand von außen ist dafür verantwortlich. Nur du. Und wenn du das das erste Mal erfahren hast, dann wird dein Leben plötzlich ganz anders aussehen. Du wirst nicht mehr so empfänglich dafür sein, für diese negativen Emotionen, für diese negativen Bewusstseinszustände. Du wirst dein Ego immer mehr entlarven können, dein Ego immer mehr im Griff haben. Du wirst nicht mehr ständig wütend werden. Wut hat als Basis Angst, weil jemand dir etwas wegnimmt und deswegen musst du kämpfen, deswegen brauchst du mehr explosive Energie, damit du mehr explosive Energie in deinen Fäusten hast oder in deinen Beinen hast, um wegzurennen. Wut ist die körperliche Reaktion auf Ohnmacht. Und wenn du die ganze Zeit gefüttert wirst, dass du ohnmächtig bist, dass du keine Kontrolle über dein Leben hast, dann wirst du wütend. Und dann wird dir eingeredet, dass irgendjemand anderes von außen dafür verantwortlich ist. Nicht derjenige, der dir die Nachricht gibt. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Dieser jemand ist auf gar keinen Fall das Sprachrohr von diesemjenigen, dieser Gruppe, die die Spaltung möchte. Du wirst dann denjenigen, der ausgekoren ist als Sündenbock, dafür sehen, dass es dir so schlecht geht. Und dann musst du wütend werden und dann musst du ihn angreifen. Und dann begeben wir uns halt auch dann in den sehr luziferischen Bewusstseinszustand von Stolz. Stolz fühlt sich gut an. Stolz fühlt sich so an, als ob wir es endlich geschafft haben, als ob wir Stolz fühlt sich ohne Vergleich, sobald wir halt mal nicht den Vergleich haben oder nur von den Menschen umgeben sind, die uns den Hintern pudern. Stolz fühlt sich so an wie Freude. Ist es aber nicht. Stolz ist halt so sehr viele Oktaven tiefer als Freude. Stolz ist immer der Vergleich. Stolz sagt, ich bin besser als du oder unsere Gruppe ist besser als diese Gruppe. Stolz ist die Stolz ist Hochmut. Hybris. Deswegen sagen wir auch Hochmut kommt vor dem Fall. Stolz ist der Bewusstseinszustand von Stolz braucht den Vergleich nach unten. Braucht immer wieder das Füttern des Stolzes. und wenn es halt das nicht bekommt, wenn sich Leute dafür nicht interessieren für die Errungenschaft desjenigen, der in Stolz ist, wird er lauter. Weil er muss gesehen werden. Stolz muss gesehen werden. Und Stolz wird dann dadurch entsprechend halt auch arrogant. Das ist das, was viele dann auch sagen, zum Beispiel wenn sie sich mit Selbstbewusstsein beschäftigen, mit Selbstbewusstsein haben möchten, entwickeln wollen, dass sie dann sagen, ja ich möchte aber nicht arrogant wirken. Wir haben dann intuitiv Angst vor Stolz. Wir haben Angst intuitiv davor, wie jemand wahrgenommen zu werden, den wir kennen, der einfach nur wahnsinnig Stolzes, Hybris hat. Hochmut. Und das fühlt sich für uns nicht gut an, mit diesem jemand zusammen zu sein. Und deswegen sind wir dann halt so bei Selbstbewusstsein eher so vorsichtig. Oh na, nicht zu viel Selbstbewusstsein. Ein bisschen Selbstbewusstsein, aber nicht zu viel. Und das macht überhaupt keinen Sinn, weil wenn wir uns anschauen, wo ist Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein ist das hier. Liebe. Selbstbewusstsein, hier auch SBS abgekürzt, ist Selbstlosigkeit. Selbstbewusstsein, so paradox es auch klingt, im Selbstbewusstsein sind dir andere Menschen wichtiger. Ist dir das Wohl anderer Menschen wichtiger. Du siehst bei Selbstbewusstsein die Gruppe. Du bist im Selbstbewusstsein, bist du der Gruppenführer. Oder führst entsprechend dich und die Gruppe kann folgen, wenn sie möchte. Das ist nicht Stolz. Stolz ist, ich muss diese Gruppe führen. Ich muss der Führende sein hier. All diese Ego-Emotionen, die können wir uns im Prinzip, wenn du Dragon Ball kennst, kannst du dir diese vorstellen als, das ist, das ist Vegeta. das ist der stolze Kriegerprinz, der nur seine Identität aus seinem Kampf kriegt. Und er muss immer der Stärkste sein und so weiter. Und diese, in diesem Bild, weil er immer der Erste sein muss, nimmt er ja auch dadurch an und sagt dadurch, dass er nicht der Erste ist. Wenn ich der Erste sein möchte, dann bin ich maximal der Zweite. Und das ist das, was ihn immer wieder auffressen wird und immer wieder auffrisst. Und wenn du dich, wenn du Dragon Ball Super schon bis zum Ende geschaut hast, dann, kleiner Spoiler, ich verspringe das hier ein paar Sekunden, wirst du sehen, Achtung, dass Son Goku, das ist halt dann auch hier dann diese, ich schreibe mal nur Goku, das ist so die, die Ecke, wo Son Goku unterwegs ist, in den Selbstbewussten, Expansionsemotionen, in Liebe. Weil er nämlich festgestellt hat, dass er einfach nur sich hingeben muss. Und also ein weiterer Begriff aus dem alten China ist zum Beispiel Wu Wei. Die Art der Nicht, oder die Kunst der Nichtkontrolle und sich einfach dem Leben hinzugeben. Und das ist das, was Goku dann, oder Son Goku dann auch macht und dadurch sich den Ultra-Instinkt freischaltet und dadurch halt schon im Vorfeld weiß, was passiert und einfach dadurch mächtiger Kämpfer ist. Und das gefällt Vegeta gar nicht so sehr und wird halt immer wütender dadurch und will immer mehr kontrollieren, statt einfach Goku, Son Goku, der sich der Sache hingibt. Vegeta will mehr kontrollieren und schaltet dadurch dann Ultra-Ego frei. Ist halt in your face, mehr brauchst du dazu halt gar nicht wissen. Es ist im Prinzip das Gleiche, aber halt die Schattenseite von dem Ultra-Instinkt und diese Ego-Emotionen sind halt trennend. Also wenn du dir Vegeta vorstellst, das ist im Prinzip der 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 derjenige, der das verkörpert identifiziert und identifiziert nicht nicht identifiziert, der das halt verkörpert, genau. Wir haben dann hier die in 200 haben wir die Emotion von Mut. Mut, Courage ist so der Wendepunkt. Ab hier beginnt plötzlich das neue Leben, eine neue Art und Weise auf die Dinge zu schauen. Und Mut kannst du dir vorstellen als so, dass die Ebene so, also wie gesagt, der Wendepunkt und Menschen beginnen hier Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. ein paar Notizen auf dem Schirm. Und genau, also Menschen übernehmen mehr Verantwortung über sich, über ihre Handlung und beginnen Schritt für Schritt ihre eigene Identität zu entwickeln. Und das ist dann auch die Ebene, so der nächste Punkt, so die nächste Stufe, die Neutralität. Wir können ja denken, Neutralität ist so der Wendepunkt. Aber Neutralität ist schon positiv, weil Neutralität ist auch so die die Emotionen oder der Bewusstseinszustand von Langeweile. Und wenn du dir das vorstellst, so Langeweile ist für viele nicht so, nicht so gut. Also es fühlt sich nicht so gut an. Es fühlt sich halt so, ah, so an, als ob da halt so, ist halt ein nicht so gutes Gefühl. Aber durch die Langeweile kann erst Kreativität entstehen. Durch die Langeweile können wir erst all die, all dem Bullshit, den wir uns die ganze Zeit erzählen, endlich mal zur Seite schieben und plötzlich haben wir also den Bullshit, die ganze Angst und die ganze Wut und so weiter und Panik und Sorgen, die wir uns machen, die schieben wir beiseite und plötzlich entdecken wir unsere Kreativität. Und das ist halt auch entsprechend hier so der, 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 ich schreibe es mal hier gerade in orange daneben, das ist hier so der Überlebensmodus. Überleben und hier oben so ab der Kreativität und also beziehungsweise ab der, ab der Langeweile und die Neutralität beginnt hier dann der Modus. Jetzt habe ich, schreibe ich einfach auch Modus dazu. So das ist halt so der, da steht der Schaffungsmodus. Und diese, diese, dieser dieser Erschaffungsmodus, da sind wir halt nicht mehr im Überlebensmodus, da sind wir halt nicht mehr in der Gefahr, sondern da können wir kreieren, da können wir kreativ sein, da können wir lieben, Freude empfinden, da sind wir halt in der, in der Expansion, ja, und nicht mehr in der Trennung. Und diese, ähm, ah, zurück, diese, diese Expansion, ist, ähm, die beginnt dann halt so ab der Mut, ab dem Mut, ab der, ab der Langeweile. Mut ist so das Tor dadurch. Mut, Courage kommt ja auch, also Courage, das Wort kommt vom, vom lateinischen Wort für Herz, und da sehen wir schon, es hat ein bisschen mehr mit, mit dem Herzen zu tun. Es hat ein bisschen mehr mit dem Inneren zu tun, mit unserem Inneren, mit uns selber, statt mit irgendwie, dass wir eine Gefahr im Außen sehen oder irgendwie, dass das Außen uns kontrolliert. Wir fangen an, dass wir die Kontrolle über uns selber haben und damit das Außen wichtiger ist, also die Gruppe wichtiger ist, als wir selber, Schritt für Schritt, ja, das sind dann die, die Emotionen von Selbstbewusstsein, von Selbstlosigkeit. Um selbstbewusst zu werden, müssen wir selbstlos werden, so paradoxes auch klingt, das sind die Emotionen dahin. Und dann begehen wir uns langsam auch in die, also Neutralität ist halt auch dann die Ebene der Objektivität, das ist dann, hier beginnen dann auch so die Emotionen von Wissenschaft, ja, das sind so die, das ist, wo wir dann auch mit Stolz, kein gutes Gefühl, Stolz aus der Wissenschaft, aus der Erklärung, aus dem Rationalen ziehen. Das ist so die, die Stufe hier, kurz davor, wo wir dann auch mehr das größere Ganze sehen, statt Wissenschaft zu unserem Gott zu machen. Aber das wird jetzt zu weit, ich habe jetzt ein paar abstrakte Sachen hier reingesprinkelt. Genau, also Bereitschaft, Neutralität, Bereitschaft, Vernunft, Bereitschaft ist, wenn Menschen motiviert sind, über sich hinaus zu wachsen, wenn sie bereit sind, die Herausforderungen in ihrem Leben anzugehen, aus ihrer Komfortzone, hinauszutreten. Das ist der Bewusstseinszustand. Wenn du weißt, dass du nicht verdammt bist zu deinem Schicksal, sondern dass du etwas ändern kannst und du hast, also du bekommst in den Mut, in den Mut, dass du etwas ändern kannst und dann auch in die Bereitschaft als nächstes, auch das zu tun. Du hast die Bereitschaft, du hast, du, du, ja, wie schon gesagt, du verlässt deine Komfortzone, du hast aktive, machst aktive Änderungen in deinem Leben und dann kommt die Ebene der Akzeptanz und Akzeptanz ist, dass du deinen jetzigen Zustand, also so einfach es auch klingt, akzeptierst, ohne Widerstand. Widerstand ist das, was dein Ego dir die ganze Zeit, dein Denken dir die ganze Zeit sagt, so von, da ist, das kann so nicht sein, ich muss genau wissen, wie das geht, also vor allem das, ich muss wissen, wie das geht, das ist Ego pur und gerade auch, dass das Denken darüber, so irgendwie, dass das Wissen wollen, wie etwas, wie etwas zustande kommt, wie, wie deine Zukunft aussehen soll, das ist, oder wie die nächsten Schritte aussehen sollen, das ist dein Ego, das versucht aus der Vergangenheit, die Zukunft zu rekonstruieren, also ist halt mit den Gedanken, in der Vergangenheit, wie, wie soll ich den nächsten Schritt machen, ich schaue mal in die Vergangenheit, wie ich ähnliche Schritte gemacht habe und übertrage das da drauf und das ist, dadurch sind wir halt in Kreisen gefangen, wo wir halt immer wieder unsere Zukunft so gestalten, wie unsere Vergangenheit war, das ist der Grund, warum viele Menschen immer wieder in den gleichen zerstörerischen Beziehungen landen, immer wieder, nachdem sie irgendwie ein bisschen mehr Geld gehabt haben, immer wieder pleite sind, weil sie nicht aus der Sache gelernt haben, weil sie immer ihre Zukunft aus der Vergangenheit gestalten und so wiederholen sich halt immer wieder genau diese Zyklen, weil wir nicht, oder weil diese Menschen nicht daraus lernen, nicht die Lektion daraus lernen und Vernunft, beziehungsweise Akzeptanz, Vernunft ist so der, Akzeptanz, Vernunft ist so der, 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 die, der Bereich, der Bewusstseinsbereich von die Realität ist so, also das ist gerade das, was passiert und ich nehme das hin und wehre mich nicht dagegen. Ich muss erstmal, bevor ich Dinge ändern kann, muss ich akzeptieren, was ist, das ist der erste Schritt oder wie, wie auch der, der alte deutsche Spruch lautet, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Wir müssen erstmal akzeptieren, was ist, ohne Widerstand dagegen zu äußern. Und das klingt so einfach, aber das ist für viele anscheinend nicht so einfach. Zu akzeptieren, dass die Situation gerade nicht gut ist, wenn du das akzeptieren kannst, ohne dagegen anzukämpfen, bist du schon in einer höheren Schwingung und damit schon aus deinem Problem hinaus, hast die halbe Miete schon hinter dir und kannst das halt von einer anderen Warte betrachten, kannst dein Problem von einer anderen Warte lösen. So wie Einstein halt schon gesagt hat, wir können das Problem nicht lösen mit derselben Denkweise, wie sie entstanden ist. Und damit meint er zum Beispiel das hier so, wir haben das Problem halt irgendwo hier, hier erstellt, wir können es nicht mit der gleichen Denkweise lösen. Wir brauchen eine andere Denkweise und die beginnt halt ab hier. Oder halt auch hier schon. Und die beginnt halt da schon. Und dann begeben wir uns halt auch dann Schritt für Schritt in den Bereich der Liebe. Und während halt so alle Ego-Emotionen Angst als Grundlage haben, haben alle Selbstbewusstseins- oder Liebes- Selbstbewusstseinszustände, Expansionsbewusstseinszustände, Liebe als Grundlage. Das heißt so zum Beispiel die Emotion der Langeweile, Neutralität von mir aus, die hat Liebe als Grundlage, die Liebe der Schöpfung, etwas zu schaffen. Die Liebe der Vernunft hat Liebe als Grundlage im Sinne von da ist etwas, was da müssen wir nicht gegen ankämpfen. Da ist nichts, wo wir gegen ankämpfen müssen, sondern wir können die Dinge akzeptieren, wie sie ist. Wir können uns daraus, wir können daraus noch etwas Schöneres schaffen. Das ist Liebe. Liebe hat Liebe als Grundlage. Freude hat Liebe als Grundlage. Die Freude, die Liebe zu zu der Sache, die du gerade wahrnimmst. Du siehst ein Kind, das ein Eis gerade ist und es freut sich darüber. Dieses Kind liebt dieses Eis gerade in diesem Moment. Und mit diesen Emotionen bist du dann auch im Moment. Frieden, Freiheit haben Liebe als Grundlage. Die Liebe zur Expansion, die Liebe zu deinen Mitmenschen, die Liebe zur Gruppe, zur Schöpfung generell. Und das ist so ein Bewusstseinszustand, wenn du halt schon siehst, du bist in diesen höheren Bewusstseinszuständen drin, diese Art und Weise zu denken, die hast du nicht zur Verfügung, wenn du zum Beispiel in Apathie bist, wenn du in Angst bist. Diese Bewusstsein oder diese Art und Weise zu denken, zu fühlen, dich auch darzustellen in der physischen Welt, die hast du nicht zur Verfügung. Du weißt rational, dass sie existieren. Du weißt, wenn du in Apathie bist, dann weißt du, dass es bestimmt besser jetzt unter Menschen zu gehen, aber es ist für dich in irgendeiner Form irgendwie nicht energetisch verfügbar. Es ist für dich emotional nicht so verfügbar. Diese Gedanken, die du hast von ich könnte jetzt irgendwie rausgehen und Menschen treffen, die treffen auf keinen, diese Gedanken treffen auf keinen fruchtbaren Boden. Es ist nicht so, als ob du nicht weißt, dass die existieren. Aber dieser fruchtbare Boden existiert erst, weil, ich habe jetzt so viel rumgemalt, ich glaube, man erkennt kaum noch etwas, aber dieser fruchtbare Boden existiert erst bei diesen höheren Emotionen. So, und dann schließlich geht es halt los oder geht es halt hoch zur Erleuchtung und Erleuchtung ist die höchste Bewusstseins, das höchste Bewusstseinsempfinden, die höchste Bewusstseinsebene. Also, wenn der Tod halt so ein Nullbewusstsein ist, ist die Erleuchtung halt so pures Bewusstsein. Das sind dann auch Momente, wo du halt so dann irgendwie spirituelles Erwachen hast, ein Kundalini Erwachen, Kundalini Awakening. Das sind so Sachen, die du mal googeln kannst, wenn du davon noch nicht gehört hast, wo du einfach eine ganz andere Wahrnehmung hast. Und all das, was ich heute dir erzählt habe, da werden einige von euch dabei sein, die dieses Video schauen und halt so den Kopf schütteln. Was ein Quatsch, was ein Käse. Die Welt ist, dass sich jeder irgendwie um seinen eigenen Kram kümmern muss und jeder will mir ans Leder und so weiter. Wenn du so denken möchtest, cool, dann herzlichen Glückwunsch dazu. Du bist wahrscheinlich ein sehr fröhlicher Mensch und lass uns auf gar keinen Fall Zeit miteinander verbringen, weil dann ziehst du mich nur runter. Nee, die Welt ist ein freundlicher Ort und je mehr wir das sehen und je mehr wir uns darauf einlassen, desto mehr sehen wir das. desto mehr genau diese Menschen ziehen wir an. Wenn wir uns immer wieder zum Beispiel getriggert fühlen von anderen Menschen, weil sie halt irgendwie so und so denken, weil sie diese und jene Meinung haben und uns dann irgendwie ja, und dann uns dann getriggert fühlen und uns verteidigen wollen, dann sind wir halt im Ego, dann sind wir in diesen negativen Emotionen, dann sind wir im Überlebensmodus, wenn wir uns getriggert fühlen, weil wir irgendwas verteidigen müssen, was wir glauben, sonst uns weggenommen wird. Aber die Wahrheit, die hat kein Problem, damit angegriffen zu werden. Die Wahrheit ist völlig entspannt. Die Wahrheit wird immer ans Tageslicht kommen. Und die Wahrheit ist, die einzig wirkliche Wahrheit im Universum, ist, dass du mehr bist als deine Emotionen, als dein Körper, als deine Gedanken. die Wahrheit ist, dass du größer bist, als du dir jemals vorstellen kannst. Die Wahrheit ist, dass du viel mehr Potenzial hast, als du gerade auslebst. Die Wahrheit ist, dass all diese Gedanken von ich kann nicht, ich kann diese Frau nicht ansprechen, keine Frau mag mich, ich werde für immer alleine bleiben und alles ist vergebens. Das ist alles eine Illusion. Und wenn dir diese Gedanken Schmerzen bereiten, dann ist genau dieser Schmerz dein Weg. Dein Weg ist es, zu lernen, was diese Schmerzen dir sagen wollen und darüber hinaus zu wachsen. Wenn du immer wieder Angst davor hast, alleine zu sein, abgewiesen zu werden, irgendwie auch eine Frau anzusprechen, dann ist genau das dein Weg. Du hättest nicht Angst davor, wenn das nicht in irgendeiner Weise dein Weg wäre, wenn das nicht wichtig für dich wäre. Wenn das nicht dein Unterbewusstsein wäre, dein pures Bewusstsein wäre, das dir sagen möchte, da ist dein Weg. Beschäftige dich damit. Du schaust dieses Video gerade, weil du spürst, dass das dein Weg ist. Wann fängst du an zu handeln? Wir leben in einer physischen Welt. Handlung ist wichtig. Handle aber nicht aus Panik heraus, weil es sonst zu spät wird. Handle aus Liebe. Nicht aus Angst. Handle aus Liebe zu dir selber. Aus Liebe dazu, dass du ein besseres Leben verdient hast, dass du schönere Momente verdient hast, dass du es verdient hast, morgens mit einer hübschen Frau aufzuwachen, neben einer hübschen Frau aufzuwachen, die vielleicht dann auch deine langfristige Partnerin ist, Ehefrau, mit der du viele, viele tolle Kinder hast. Dein Weg ist es, das Leben zu genießen und zu lieben. Das ist die Wahrheit. Alles andere, was dir eingeredet wird, dass du auf diese und jene Sache aufpassen sollst und dass dir irgendjemand was wegnimmt, ist eine Illusion, ist eine Lüge. Das ist nicht wahr. Wir sitzen alle im selben Boot. Jeder Mensch hat genau die gleichen Ängste wie du. Und wahres Selbstbewusstsein ist sich um genau diese Menschen zu kümmern und ihnen zu zeigen, dass sie keine Angst haben brauchen, sondern dass sie größer sind, als sie selber über sich denken. flirtanalyse.de Lass uns sprechen. Diese Episode willst du dir wahrscheinlich das ein oder andere Mal anhören, zweimal, dreimal anhören. Da ist viel drin. Ich werde wahrscheinlich in den zukünftigen Episoden auch nochmal hier und da drauf eingehen. Eine weitere Sache, die mir noch wichtig ist, oder die ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt habe, aber die mir noch mal wichtig ist zu erwähnen. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die sind so in ihrer Angst gefangen, in den Emotionen, in den niedrig schwingenden Emotionen von Angst gefangen, die die immer weiter Richtung Tod ziehen, weil sie so sehr Angst vor dem Tod haben, dass sie alles und jeden um sich herum kontrollieren müssen. Diese Menschen zwingen und forcieren andere Menschen, sich ihrem Glauben zu unterwerfen. Diese Menschen wollen dominieren. Diese Menschen wollen kontrollieren, manipulieren. Sie werden dich in die Irre führen. Nicht, weil sie es böse meinen, sondern weil sie einfach Angst haben. Sie haben so sehr Angst, weil, also sie haben so sehr Angst um ihr eigenes Dasein und ihr eigenes Überleben, dass sie andere Menschen ihren Willen aufzwingen müssen. Zwang. Also das Buch Power vs. Force ist halt Power ist gut, Power ist Kraft, ist Macht, Force ist Zwang. Das ist Manipulation. Das ist Dominieren, das ist Dominanz. Power ist Dominanz, Force ist Dominieren. Das ist Kontrolle, Kontrolle haben, das ist Kontrollieren. Das sind zwei verschiedene, das sind Gegenteile. Wenn ich die Kontrolle über eine Maschine habe, dann vertraue ich. Dann habe ich die Kontrolle. Du versetzt dich da mal rein, zu sagen, ich habe die Kontrolle über diese Maschine und wie sich das anfühlt und dann sag mal, ich kontrolliere diese Maschine. Da wirst du eine andere körperliche Empfindung haben. Du wirst eine andere Herangehensweise daran haben. Du wirst dich anders fühlen. Kontrollieren ist Macht ausüben, also halt mit Zwang ausüben. jemanden dazu bringen, dir zu folgen, jemanden dazu zwingen, dir zu folgen. Und ob du jetzt irgendwelche Parallelen zur jüngsten Geschichte oder zu aktuellen Personengruppen wieder entdeckst, die sind rein zufällig, aber wenn du sie erkennst, dann hast du wahrscheinlich diese Karte oder dieses Diagramm des menschlichen Bewusstseins schon ein wenig verstanden. Es gibt Menschen, die müssen dich halt zwingen, weil sie so sehr in Angst leben und sie niemals, nie in ihrem Leben diese Werkzeuge, die wir dir hier geben wollen, mit unserem Podcast, mit unserem Coaching, die auch andere dir geben wollen, zur spirituellen Weiterentwicklung, zur Bewusstseinsentwicklung, dass du die Kontrolle über dein eigenes Leben hast, dass du dich entscheiden kannst, wie du dich fühlen möchtest und dass du eine innere Sicherheit hast, statt eine äußere Sicherheit. Diese Menschen haben das leider nie bekommen und weil sie glauben, dass sie sonst sterben, weil sie so viel Angst haben, müssen sie Kontrolle ausüben über andere Menschen. Sie müssen noch mehr Fear, noch mehr Angst in die Welt raustragen. Sie müssen der Welt weiterhin Angst machen, damit Menschen auf dieser Welt klein beigeben und ihnen folgen, weil sie dann dieser Angst glauben. Sämtliche Angst ist eine Illusion. Ja, auch die Angst, wenn jemand jetzt mit einer Waffe vor dir steht. Das ist eine Illusion. Du bist mehr als dein Körper. Du bist nicht dein Körper. Du bist nicht deine Emotionen. Du bist nicht deine Gedanken. Du bist das Bewusstsein, das das beobachtet. Und diese, also damit sage ich nicht, das ist natürlich nicht, ich hatte auch schon jemanden vor mir stehen, der mich mit einem Messer ausrauben wollte. das sind schockierende Momente. Damit sage ich nicht, dass du nicht diesen Schock spürst. Absolut nicht. Das ist vollkommen okay. Das ist eine menschliche Emotion, die du dann spürst. Dennoch ist es eine Illusion. Es ist eine Illusion, zu glauben, dass irgendeine andere Gruppe, ein Mensch wie du und ich, der einfach nur eine andere Art und Weise zu denken hat, dir etwas wegnehmen möchte. Der eine andere Meinung hat, dir etwas wegnehmen möchte. Dich, dir etwas Böses möchte. Das ist eine Illusion. Das ist ein Narrativ, das gefüttert wurde, damit mehr, mehr Angst auf diesem Planeten herrscht, um noch mehr Trennung, ja, Trennung zu verursachen. Wir brauchen nicht mehr Trennung. Wir brauchen mehr Gemeinsamkeit. Jetzt steht hier Expansion, als, als, anderer Begriff. Aber es ist im Prinzip Gemeinsamkeit. Wir brauchen mehr Gruppe. Wir sitzen alle im selben Boot. Und nur, weil einige Menschen, die an den richtigen Stellen irgendwo sitzen, bestimmen können darüber, dass du jetzt Angst vor XYZ haben musst, weil sie so viel Angst selber haben und deswegen dominieren müssen, kontrollieren müssen, musst du noch lange nicht mitmachen. Du bist nämlich größer als das. Du bist Liebe. Du bist Bewusstsein. Du hast eine menschliche Erfahrung, gerade auf diesem Planeten. Die geht 80 Jahre, 120 Jahre und damit wirst du eine Achterbahn der Gefühle erleben. Und das ist gut. Das ist deine menschliche Erfahrung, die du hier machen kannst. Lass dich aber nicht darauf ein. Immer wenn du die Wahl hast zwischen es ist kontrahierend, es ist trennend, es fühlt sich an damit irgendwie, als ob mir jemand etwas Böses möchte. Wenn du dieses Gefühl hast, entscheide dich für das expandierende Gefühl, für die Liebe. Helf jemandem. Hilf jemandem. Imperativ mit I. Hilf jemandem. Lächle jemandem an. Wenn du dich einsam fühlst, mach jemandem ein Kompliment. Wenn du das Gefühl hast, dass du, dass niemand dich versteht, höre jemandem zu. Gib das, was du möchtest. Es ist wirklich so leicht, in die höheren Schwingungen reinzukommen, indem wir aufhören, an diesem ganzen Bullshit zu glauben, an Angst zu glauben, an Terror, an Krieg, was auch immer. Dass das in irgendeiner Weise gefährlich für dich ist. Du bist mehr als das. Und wenn mehr, mehr Menschen das endlich einsehen, dass sie mehr sind, als ihre Angst, als die Nachrichten, die sie gefüttert kriegen. Mehr sind als ihr Körper, als ihre Emotionen, als ihre Gedanken. Wenn mehr Menschen das einsehen. Und es sehen mehr Menschen. Immer mehr. Immer mehr. Wir sind in einem sehr großen Erwachen auf diesem Planeten. Wir sind in einem Fourth Turning. In den Generationen gerade. Und ich wollte schon vor einiger Zeit ein Video über Generationen machen. Das trifft auch noch auf diesen Punkt. Du kannst mal googeln. Fourth Turning. Also der vierte Wendepunkt, glaube ich, ist es auf Deutsch. Ist über Generationen. Und wir sind gerade in einem sehr großen Chaos. Das ist aber alles schon vorher berechnet. Das ist nichts Neues. Und jetzt gerade in diesem Fourth Turning, in diesem Chaos, in dem wir sind, sind sämtliche oder viele, 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 viele Zyklen, die gerade aufeinander kommen, die einfach dazu führen, dass Menschen merken, dass sie mehr Kontrolle über sich haben. So einfach, weil das der letzte, der kleinste gemeinsame Nenner ist. Und das ist das, was du für dich erkennen darfst. Ich hoffe, ich konnte dir dafür einen ersten Schritt geben. Ich konnte dir ein wenig an die Hand dafür nehmen und dir zeigen, dass all diese negativen Emotionen, dass nicht du bist. Du bist größer als das. Du bist das Bewusstsein, das all das beobachtet. Und wenn du dazu Hilfe brauchst, dabei Hilfe brauchst, dann komm in die Flirtanalyse. Flirtanalyse.de Wir machen seit über zehn Jahren, zwölf Jahren nichts anderes, als dir dabei zu helfen, zu erkennen, wie großartig du eigentlich schon bist. Wie viel mehr in dir steckt, wie viel mehr Potenzial in dir steckt. Wie selbstbewusst du eigentlich schon bist. Wie voller Liebe du eigentlich schon bist. Und dass all diese Ängste, die du dir eingeredet hast, diese Blockaden, die du dir eingeredet hast, komplett Quatsch sind und Illusionen sind und eine Lüge sind und du daran an diese Lüge nicht mehr glauben brauchst. Das ist deine Entscheidung, wie du dich fühlen möchtest. Immer und zu 100%. Wir sehen uns beim nächsten Mal.